Wir sind hier in die Rohrschacht, das ist traditionell unser Rückrundenstart, den wir hier im Vorderstübchen haben. Und da interessiert uns vor allem die Informationen von den Direktbeteiligten. Darum ist an diesem Rückrundenstart auch immer der Peter Zeidler, der Trainer, der Alain Sutter, der Sportchef und der Matthias Hüppi anwesend. Zuerst haben sie von mir erfahren, dass wir verschiedene Neumitglieder heute haben. Es ist immer schön, wenn wir an so einem Anlass Neumitglieder begrüssen dürfen. Und auf der anderen Seite werden die Herren natürlich ein wenig aus dem inneren Kern erzählen. Auch werden die Fragen kommen, warum man so erfolgreich ist mit einer so jungen Mannschaft. Ich denke, wenn man auf unsere Homepage geht, dann ist man motiviert, nicht nur wegen dem FC St. Gallen, der im Moment in einem Wahnsinnshoch ist, sondern eben auch wegen dem gesellschaftlichen Teil, den den Ziesteklub immer bieten darf für seine Mitglieder. Und das ist eigentlich auch die Hauptmotivation, im Ziesteklub zu sein. Nicht nur in momentanen Hochsituationen, sondern eben auch, dass man gesellschaftliche und Businessgedanken fflegen kann. Untertitelung des ZDF, 2020